Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue & Cooking mit Sascha. Ich war unterwegs in düsterster Gegend. Absolute Kellergewölbe. Es ging nichts mehr. Kein Ausgang und kein Eingang. Und was ist passiert? Ich habe zwei Gefäße gefunden, aber ich hatte nur eine Hand. Und das erste Gefäß war der heilige Gral. Ewiges Leben, Gesundheit. Ihr kennt das Spiel. Da habe ich mir gedacht, ja, pass, ich war alles auch unterwegs. Lass mal mich bei ihm. Und dann habe ich noch das hier. Gut verpackt in massivem Karton. Und ich habe mir gedacht, das ist besser als jeder Gral auf Erden. Ihr wollt wissen, was drin ist? Ich zeige es euch. Die Hochsicherheitsverpackung müssen wir erstmal öffnen. Ganz vorsichtig. Extremst selten. Und da ist sie. Die Original-Heinuntasse. Hättet ihr den Gral genommen? Und da ist sie. Vielen Dank.